Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Seasons und ihr denkt euch jetzt, was geht denn jetzt ab? Der Alexmo Season und vor allen Dingen, jetzt kommt doch eigentlich Karriere. Ja, ich habe es am Mittwoch in der, jetzt wie ich sagen kann, letzten Karrierefolge zwar gesagt, dass Karriere weitergehen wird in der zweiten Saison, aber ich hatte dann irgendwie doch keine Motivation mehr darauf und habe mich dafür entschieden, mal das Experiment zu wagen, auch mal den Seasons zu spielen. Pierre hat ja am Anfang von FIFA 14, ich glaube 16 Folgen gespielt, wir sind jetzt in der 17. Folge genau und ja, also kam jetzt sehr lange nicht, ich glaube 3-4 Monate oder sowas, oder 2-3 Monate, ich habe keine Ahnung Leute. Und ja, jetzt mache ich das Ganze und ja, ihr dürft euch das ersetzen, quasi jetzt 1-zu-1 Karriere. Also, es wird auch live jetzt gespielt hier, wie ihr seht, ich suche mir jetzt live einen Gegner und werde live spielen. Es wird keine, ähm, kein Nachkommentiertes sein wie Ultimate Team, da ich nur ein, äh, da ich ja natürlich Karriere mit Pierre nachkommentiere und, ähm, ja, halt noch, ähm, Ultimate Team auch weiterhin habe mit, mit, mit Nachkommentieren und ich möchte ein Live-Format haben. Und das nehme ich jetzt mir hier einfach, äh, ich muss mich zwar konzentrieren, weil es jetzt wieder gegen Online-Gegner geht, aber ich hoffe, dass ich da auf jeden Fall, ähm, ja, dass wir das hinkriegen. Und, ja, hoffe, das wird eine coole Sache, wie gesagt, äh, ab jetzt dann halt immer mittwochs und samstags. Und ich finde wieder keine Gegner, das ist schon super, die Probleme hatte halt damals auch Pierre. Wir werden mal sehen, ob, ob das hier dann öfter vorkommt. Ich bin jetzt auch gerade um 3.07 Uhr in der Nacht übrigens. Äh, ich hab bis vor einer Stunde noch mit Pierre so ein bisschen Co-Obs-Season-Gameplays aufgenommen, da sind wir auch schon bis Ende April oder so, haben wir schon Gameplays. Also, Nachkommentieren machen wir immer, äh, immer irgendwie so Samstag, Freitag oder Samstagabend oder jetzt in dem Fall machen wir das dann, äh, Samstagmittag. Ähm, also immer so einen Tag, bevor die erste Folge rauskommt. Dann kommentieren wir natürlich immer direkt gleich Folgen, äh, gleich drei Folgen nach. Und ich kann auch schon mal sagen, worum es in der Ultimate-Team-Folge am Montag gehen wird. Ich werde sie zwar heute nicht mehr aufnehmen, sondern erst irgendwann morgen Nacht oder so wahrscheinlich oder Sonntag. Aber ich werde ein bisschen über Nutopia reden. Das ist ja so ein, äh, äh, auch wieder ein sehr Big-Brother-ähnliches Projekt. Aber hat ein ganz anderes, ist eigentlich gar nicht ähnlich. Ist halt ein Reality-Format und ich liebe Reality-Formate eben, weil das keine gescriptete Scheiße ist. Und weil es, wie ich finde, auch relativ gut mit einem, ähm, mit einem Dings, mit einem, ähm, ja, mit einem, ähm, mit sowas wie Vlogs vergleichbar ist. Denn was sehen wir da? Wir sehen dort bei so Reality-Formaten, gerade jetzt wie bei Nutopia, wo man einen Livestream und so weiter hat, kann man live sehen, wie Leute leben und sich etwas aufbauen. Und dieses live sehen, wie Leute leben, ist ja etwas, was wir auch zum Beispiel an Vlogs genießen. Äh, an Vlogs lieben wir, wie ja zum Beispiel von Dena oder sowas. Oder gucke ich zum Beispiel von Dena und Ungespielte, die Vlogs. Da finden wir es ja auch cool, dass wir Leute sehen, die uns an ihrem Leben teilhaben. Ähm, und was ist ein, was ist ein Big Brother? Was ist ein Dschungel, okay, Dschungelcamp nicht ganz, das passt nicht ganz in die Kategorie. Aber was ist vor allen Dingen ein Big Brother und was ist jetzt eher ein Nutopia, wo auch 24 Stunden sieben Livestreams haben? Genau das sind sie. Sie sind wie ein Vlog in einer noch extremeren Form, weil man sieht einfach durch einen Livestream alles. Ähm, wenn man zum Beispiel so eine Sache wie Nutopia nur im, nur normal verfolgt, also normal die Zusammenfassung, dann ist das sogar sehr, 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 sehr gut mit einem Vlog zu vergleichen. Ähm, ja, wie ihr seht, wir haben absolute Connection-Probleme. Aber wie gesagt, diesen Nutopia-Thema will ich gar nicht weiter ausführen. Ich wollte ja nur mal ein paar Hinweise geben und ihr wisst ja eh, dass ich solche Realty, richtigen Reality-Shows, wo ich die Scripten übertrieben mag. Ähm, allerdings, wie ihr gerade merkt, finden wir irgendwie keine Gegner. Das ist halt auch Pierre öfter mal das Problem. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir hier einen kleinen Cut und es geht dann weiter, wenn eben ich einen Gegner gefunden habe, was hoffentlich bald passieren wird. Also, hallo Ryan, bis gleich. Ja, Leute, dann sind wir zurück und, äh, hat jetzt doch noch ein bisschen gedauert, ist noch einmal abgebrochen, aber jetzt scheint es auch mal so zu klappen. Längen tut es auch nicht und, ja, dort entscheidend nur Ewigkeit, bis man fünf den Gegner findet, wo dann es keine Connection-Probleme gibt oder irgendwelche Nut-Probleme der Gegner hat. Aber das ist mir egal, solange es im Endeffekt dann funktioniert und geht, ist mir das relativ wurcht. Und solange es jetzt hier nicht direkt anfängt, wieder zu rückeln, ist das dann noch besser. Und wenn ich es hinkriege, ein bisschen hier was zu reißen, sogar, dann ist es ja noch besser. Ja gut, das war jetzt nicht so wirklich gerissen, aber egal. Naja, aber auf jeden Fall nochmal, äh, ich hatte ja, wie gesagt, den Anfang gedreht und habe dann mal einen kleinen Cut gemacht, bis es jetzt geht. Und dann natürlich nochmal, ähm, ja nochmal, quasi willkommen hier in Seasons mit mir. Ich bin natürlich in Liga 10, habe noch kein einziges Spiel gemacht und werde natürlich alle Spiele, die ich mache, hier zeigen. Es gibt keine Spiele, die ich offline machen werde. Und, äh, ja, kann nur sein, dass ich halt, wie gesagt, wenn, wenn das mit dem Suchen jetzt immer drei Stunden dauert. Und ich akzeptiere es, wenn es jetzt im Moment so ist, weil ich um drei Uhr nachts aufnehme, aber wenn es tagsüber auch sein sollte, dann akzeptiere ich das auch irgendwann nicht mehr. Das ist mit dem Toleranzbereich nämlich auch irgendwann mal vorbei. Wir spielen gegen FC Bayern. Wir spielen natürlich auch selbst mit FC Bayern, aber mit einer sehr offensiven Aufstellung. 4-3-3 natürlich, standardmäßig, wie es gewohnt ist bei mir. Und da ist mein 1-0. Hammer nice. Da macht Neu so einen Riesenfehler und ich mache das Tor. Hammer nice. Sehr gut. Erste Spiel in Liga 10 und, ähm, ja, direkt mal ein Tor gemacht. Läuft bei uns. Sehr gut. Und entschuldige, wenn ich ein bisschen aussehe wie scheiße, aber ich habe die letzten Nächte so wenig geschlafen und jetzt die Nacht bin ich dann, wenn ich jetzt hier das Video fertig gemacht habe. Weil ich wollte nicht, weil, ähm, genau, am, es tut mir leid, dass am, ähm, Freitag, also gestern keine Ultimate Team Folge kam, aber ich konnte mich irgendwie einfach nicht mehr am Donnerstagabend motivieren, weil ich so im Arsch war. Und hab dann gesagt, ja gut, lässt es halt mal. Ja, wie gesagt, am Montag kommt wieder eine, da rede ich dann mehr und ausführlich über Neutopia und, äh, meine Meinung dazu und auch zu den einzelnen Leuten wahrscheinlich. Mal gucken, wie viel ich da unterkriege in der einen Folge. Mehr als eine Folge will ich es auch nicht werden lassen. Und, ähm, ja, da geht es halt, wie gesagt, ganz nochmal weiter. Und ich wollte jetzt heute nicht den zweiten Tag in Folge kein FIFA-Video bringen, äh, und das ohne irgendeine Ansage. Und deswegen habe ich mir halt gedacht, yo, Season, probierst du mal und dann machst du aber auch noch direkt ein Video für, ähm, ja, für, also jetzt heute Nacht für, heute eben. Sache ist halt, ich musste das dann noch direkt, wenn ich es aufgenommen habe, schneiden und noch die anderen Videos für morgen kurz fertig machen, weil ich dann morgen so aufstehe, dass ich nur noch den Upload der Videos starten muss und weil ich auch morgen so aufstehe, dass ich dann fast, fast direkt, ähm, also beziehungsweise für euch ist es ja heute, also für mich ist es auch heute, aber ich gehe noch von morgen aus. Ähm, für mich ist nämlich die Sache, dass ich, wie das noch, ja dann auch noch fertig schneiden werde und dann, dann erst pennen gehen, also wenn dann starten und dann pennen gehe, denn morgen haben wir wieder ein bisschen was an Aufnahmen, also eigentlich relativ cool, wir haben halt wieder Coop Season, ne, nachkommentieren, was machen wir dann morgen und das machen wir dann morgen schon so um 15 Uhr, weil Bayern hat schon heute gespielt und, ähm, ja, deswegen haben wir, also hat schon am Freitagabend gespielt, deswegen haben wir gestern, äh, deswegen haben wir, nehmen wir Coop Season jetzt erst heute auf und so um 15, 16, äh, 15 Uhr, glaube ich, äh, ja, wir haben uns auf 15 Uhr geeinigt, genau, und bis dahin, dann, bis dahin stehe ich dann halt eben auf, aber es ist alles ganz schön fresh, wenn ich jetzt, äh, bis 5 Uhr ins Bett komme, was ich hoffe, was auch sehr realistisch ist und, ja, nehme ich jetzt natürlich nur die eine Folge Seasons auf, werde dann aber nochmal morgen oder so aufnehmen, morgen Nacht oder so mal schauen, äh, werde auf jeden Fall zu 10 Stunden Schlaf kommen, was mir wichtig ist, weil ansonsten, ähm, zieht sich der Schlafmangel noch von der ganzen Woche hinterher und so weiter und so fort und das muss ja auch nicht sein, so. Ja, ja, gut. Also, ich habe ja das 1 zu 0 gemacht, aber der Gegner wird jetzt hier langsam ein Tick für Tick besser und das passt mir nicht. Was ich noch zu sagen wollte, auch übrigens zu, dadurch, dass ich jetzt ein Gegentor kassiere, nee, was ich sagen wollte dazu, dass, äh, jetzt, ähm, wegen Samstag, wie gesagt, wir nehmen, also wegen heute für euch, wir nehmen heute auch noch wieder TTT auf, die Folgen seht ihr allerdings erst ab dem, äh, soweit 5 Uhr raus sind wir gerade, also 3 Wochen, glaube ich, sind 5 Uhr raus. Ja, uh, tut da allerdings einfach mal Windows X, ja gut, das tut er, sowas sollte ich mir dringend sparen. So. Und, ja, wie gesagt, dann nehmen wir morgen auf, habe ich auch extrem Bock drauf, werde noch, äh, noch eine kleine andere Sache, die Folgen, die, die aus letzter Aufnahmesession sind, die laufen jetzt seit einer Woche und ich werde noch eine kleine andere Sache, äh, implementieren auf dem Server und, ähm, zwar die Crabbling Hook, aber, ähm, wie gesagt, die Folgen seht ihr erst ab, ich glaube, dem 21. März oder so, aber, das geht ja noch. Ui, wir sind auch wahrscheinlich nur 5, also ab dann, an dem Tag sind wir, also, wie gesagt, heute für euch geht es ja am 21.3. ungefähr die Folgen los, ich weiß jetzt nicht genau, ob es der 21.3. ist, den habe ich nur im Hinterkopf und, da geht es dann halt, wie gesagt, äh, nur mit 5 Leuten leider auch, aber, ja, wir sind überhaupt froh, dass wir die 5 Leute zusammengekriegt haben, äh, und zwar wird's, äh, mit dabei sein, ich, der Pierre natürlich und, ganz wichtig, ab den Folgen werden wir so Schnitte hin und her machen, das heißt, wir werden, äh, ich werde, wir werden nicht mehr entweder Pierre oder ich aufnehmen, sondern wir werden beide aufnehmen und ich werde die Ansicht nehmen, die dann besser ist, das heißt, die, wo jemand Traitor ist, denn die Traitor-Ansicht ist natürlich immer ein Tick spannender als wie die Innocent-Ansicht und das heißt, die kriegt immer der, der von uns beiden Traitor ist, natürlich, wenn natürlich keiner von uns beiden Traitor ist, dann, ähm, läuft das Ganze anders, äh, wenn natürlich keiner von uns beiden Traitor ist, dann wird halt eine von beiden Sichten genommen und wenn halt einer von, äh, ja, beide von uns, ja, wie gesagt, ihr könnt es euch ja selbst zusammenrichten, wenn beide von uns Traitor sind, dann wird eben eine Traitor-Ansicht genommen, äh, durch, also immer, dann ist halt entweder Pierre oder ich, den man sieht, wo man die, äh, wo man die, wo man die Aufnahme von sieht oder es ist halt eben, wenn halt eben beide Innocent-Sins ist auch von beiden und wenn nicht, ist es halt von denen der Traitor ist, äh, und ich werde es dann halt auch so schneiden, dass wenn jemand stirbt, heißt, äh, das ist quasi ja pro Runde dann im Endeffekt, also pro, äh, ja, nicht pro Folge, sondern pro Runde halt eben, und das heißt, ähm, es wird dann ein paar Mal, es wird dann schon ein deutlicher Mehrschnittaufwand, aber ich hab da auch Bock drauf, weil die es mit Abstand, also nicht mit Abstand, aber ich find's, das ist so das coolste Projekt eigentlich, auch wahrscheinlich durch die Seltenheit der Aufnahmen, die machen schon irgendwie das, dass es, äh, nicht so schnell ausgelutscht ist, muss man irgendwie sagen, dadurch, dass eben nur im Schnitt alle drei bis vier Wochen eine Aufnahme ist und das dann auch nur so zwei, drei Stunden sind, obwohl die Folgen das letzte Mal mit sieben Leuten waren, ich glaub, oder sechs Leuten, ging's, irgendwie, wir kommen langsam in einen, in einen nicht schießwütigeren Rhythmus rein und dann werden die Folgen irgendwie länger. Ihr habt ja gesehen, die Folgen, die die letzten Tage kamen, also die letzten Male kamen am Mittwoch und am letzten Samstag und die heute, glaub ich, auch, die sind alle ein bisschen länger. Zu hoch, schade. Und ja, da tut's mir, da ist es wie gesagt so, dass wir jetzt alles mal schauen werden. Wie gesagt, bei TTT, darauf will ich ja gar nicht hinaus, wird's dann halt so sein, dass ich da immer hin und her schneide und, äh, auch wenn jemand stirbt, zum Beispiel, von uns beiden in der Runde, dann wechsle ich natürlich in dem Moment die Ansicht auf den anderen. Das heißt, ihr seht, die, die Spectator-Sicht seht ihr nur, wenn wir beide gestorben sein sollten. Und das ist natürlich so ein maximaler an First-Person, äh, an, ja, an First-Person-View. Ich werde nicht noch innerhalb der Runde rumschneiden, weil es euch, glaub ich, zu sehr verwirren würde. Ähm, ihr seht aber, also die Runden wechseln sich dann, sollten wir, wie gesagt, in einer Folge irgendwie, die wo ungefähr sechs, sieben Runden sind, sollten wir dann, keine Ahnung, dann werden, ich werd's halt gleichmäßig aufteilen, dass ihr mal aus Piastis seht, also, und mal aus meiner Sicht. Das heißt, es sind zum Beispiel sechs Runden und dann sind, äh, drei Runden sind weder Pierre noch ich Traitor. Dann sind davon, äh, keine Ahnung, zwei Runden bin ich dann, ist dann zum Beispiel meine Ansicht und eine Folge ist Pierre's Ansicht, äh, und eine Runde, nee, zwei, zwei Runden ist meine Ansicht und eine Runde ist Pierre's Ansicht. Dafür kann es dann in der nächsten Folge andersrum sein. Im Endeffekt wird's so sein, dass man von jedem gleich viel sieht. Es sei denn, er stirbt, dann hat er natürlich weniger. Was bei mir eigentlich öfter der Fall ist, dass ich vor Pierre sterbe. Aber na gut, dafür muss ich mir, wie gesagt, äh, das ist so eine Sache, das ist so ein kleines Qualitätsupdate. Wir machen jetzt weniger Videos und ich will dann halt auch, wenn wir weniger Videos machen, kann ich auch ein bisschen mehr Zeit in den Schnitt setzen und wie gesagt, da mir TTT eh am meisten Spaß macht, kann man das eh mal locker machen. Und das mach ich dann auch gerne für TTT. Also mal noch schön Coca-Cola-Klass, äh, Wasser trinken. That fucking logic. Und ja, wie gesagt, so TTT eben das. Ähm, ähm, ja, ihr dürft erst wissen, natürlich ist das erst ab dem, ich gucke jetzt wirklich mal nach, weil ich will nicht scheiß die ganze Zeit labern. Während gerade noch Halbzeit ist. Ja gut, das hab ich auf dem anderen PC offen. Übrigens, durch das angesprochen, irgendwann in einer der letzten Folgen hab ich SYN, äh, wie heißt die Scheiß-Software nochmal? SYNERGY angesprochen, das ist die Software, die ich hierfür nutze. Dass ich auch bei mehreren PCs dieselbe Maus-Nastatur verwenden kann. Und ich wollte jetzt wegen TTT nachgucken. Die Folgen, die wir heute aufnehmen, sind ab dem 21.03., so wie ich es mir gedacht hab, okay. Und Multitasking funktioniert bei mir auch wunderbar. Nice, schön verarscht, so muss das sein. Na, schade. Gut, jetzt mach ich erstmal hier drüben wieder meine eigene Ansicht auf groß. Nicht, weil ich mich so gerne sehe, sondern weil ich gucken muss, dass ich auch vernünftig sitze. So, danke. Ja gut, das war ein bisschen knapp. Aber ich würde hier eigentlich schon noch gerne 2.0 machen, aber es sieht gerade auch nicht so gut aus. Ich hab jetzt nochmal wieder viel geredet, was ich eigentlich hier weniger will, also weniger, äh, ja, über solche Sachen reden. Aber gab halt ein paar Sachen anzusprechen jetzt, die Folge. Und es wird dann ab der nächsten Woche auch wahrscheinlich wieder kontrollierter vonstatten gehen. Wie gesagt, jetzt nehme ich auch nur gerade diese eine Folge auf. Und werde dann irgendwie mich morgen nochmal ein bisschen mehr dran setzen. Und auch mal gucken. Natürlich, wenn man verliert, ist die Motivation wieder down. Und, äh, da ist jetzt wieder so ein Format, wo ich alles zeige und nicht irgendwie nur Gameplays aufnehme und dann die Scheiße sind Lösche. Seht ihr auch wirklich alles. Das heißt, wenn ich auch verliere, seht ihr das und, ja, ihr seht einfach jedes Spiel, was dann kommt in Seasons, äh, bis ich keinen Bock mehr habe. Weil, dass ich in Liga 1 komme, bezweifle ich mal sehr stark. Und zwar sehr, sehr stark. Und, dass ich in Liga 2 komme, eigentlich auch. Liga 3, 4, eventuell. Aber irgendwann werde ich auch einfach nur noch verlieren und dann habe ich auch keinen Bock mehr. Von daher, wir handhaben es wirklich in letzter Zeit oft, wenn man auf was keinen Bock mehr hat, dann hört man halt auf. Und das ist, finde ich, eine coole Sache. Im Falle von Dying Light war es halt jetzt die Sache, dass, äh, dass wir da wirklich ja alles auch an Videos gelöscht haben. Man sieht nur noch anhand der Endcarts von anderen Videos, dass es das überhaupt gab. Selbst der Kanalbanner ist ja jetzt geupdatet. Allerdings ohne Uhrzeiten drin, weil ich meinen Design aktuell nicht erreiche. Und ich noch eine Version hatte ohne irgendwelche Uhrzeiten drin. Und dann habe ich einfach gesagt, nimm die. Äh, habe ich einem einfach gedacht, lade ich die hoch. Bevor die ganze Zeit der Sachen drin, äh, bevor die ganze Zeit, äh, ja, die Version, die hochgeladen ist, inaktuell ist. Ja gut, jetzt habe ich nicht gepasst. Das fand ich so geil. Oh, das war doch geil. Ah ja, hält er mal locker, easy. Wie gesagt, ich darf jetzt hier auf gar keinen Fall irgendwas kassieren. Das wäre absolut scheiße. Ja, weißt du, der holt den Außen und Abseits raus und der andere, der Stuhl fängt schon wieder an zu quietschen. Geil, ey. Ich müsste mir eigentlich mal für meine Gesundheit so einen Scheiß, die sollen ja übertrieben und nicht nur überteuert sein, wie ich meine, also manche haben mir so eine Meinung, äh, das ist voll die Markenscheiße, voll überteuert. Also, ich rede von X-Racer-Bürostühlen oder Gaming, ja geil. Oder Gaming-Stühlen, äh, so einen DX-Racer-Stuhl. Die kosten 250 Euro, würde ich mir eigentlich gerne mal, vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen mehr darüber informieren. Alter, ja, und mir den vielleicht holen. Ja, Leute, jetzt ist leider gerade mein, äh, wie ihr es gehört habt, mein Funkempfänger, den ich mir auch gegönnt habe vor ein paar Wochen, runtergefallen, weil ich den direkt auf dem Schreibtisch hatte. Weil der irgendwie manchmal in Kombination mit dem Mikrofon, wenn ich das irgendwie, äh, wenn ich den nicht hier auf dem Tisch liegen habe, sondern eben in meiner Tasche drin, manchmal ein bisschen Scheiße produziert. Und das will ich auch nicht. So. Nochmal rüber. Komm, Alter, Willy. Ach, komm, der holt aber sich den Ball von... Ah, das ist jetzt... Nee, ohne Scheiß. Er hat jetzt eben gerade das Tor gemacht, das reicht aber jetzt auch. Ich will jetzt hier nicht abgeschlachtet werden von dem, oder auch... Eigentlich will ich gewinnen, Mann. Das ist das erste Spiel. Hallo? Wie lächentlich kann man sich machen schon wieder. Das habe ich schon im Ultimate-Team damals gemacht. Ah, komm. Ja, passt einfach mal am Kopfball zu, kann ich nichts machen. Wir sind ja 70. Minute schon. Ich muss ein Gas geben. Ich werde es mal so machen. Also nicht 100% offen, also nicht volle Attacke, sondern... Oh ja, komm, das ist so eine scheiße Faulige, wusste ich. Sondern eben nicht 100% Gas, sondern eben... Ja, machen wir mal ein bisschen was. Aber ich sitze auch wieder wie ein Krüppel. Ich rutsche eben bei meinen Stühlen runter. Kennt ihr das, wenn ihr so runterrutscht, weil ihr so eine behinderte Körperhaltung habt? Ah, das ist immer geil. So. Und vor allen Dingen schwitzt, weil ihr einen Pulli anhabt, in einem Zimmer, was schon seit 5 Stunden die Heizung an war. Und ihr sie gerade erst eben ausgemacht habt. Und ihr noch Softboxen habt, die euch in die Fresse knallen. Und auch mal jetzt anfangen zu schwitzen. So. Jo, wahrscheinlich kriegt ihr den Ball nicht, ist klar. Ja, genau. Fick you. Was hat er denn bekommen? Ja, juckt ihn nicht genau. Der Torwart holt ihn sich aus der Posi noch, ist klar. Und ich passe den direkt dahin. Ja, genau. Juckt. Das wird... Das wird nichts, Leute. Das wird eine Niederlage im ersten Spiel. Hammer nice. Geh doch hin, du scheiß Lappen. Ey, ich hab nix gemacht. Ich hab nix gedrückt. Das war dieser Scheiß-Fixer wieder von selbst, Mann. Ich geh schon wieder auf Höhen mit meiner Stimme. Ich hab nichts. Ich wollte das gar nicht so, wie der Hurensohn das ausgeführt hat. Weißt du, jetzt kann ich hier wieder in der 80. Minute einen Gegengriff haben. Das ist so unnötig schon wieder. Oh, wenigstens ist der Gegner inkompetent. Mann, ey. Ja, komm, scheiß Haar, verpiss dich. Das sieht kacke aus. So, Mann, ey. Alter, die gehen wir auf die Eier gerade. Egal, juckt mich jetzt gerade nicht. Hab ich jetzt gerade gar keine Zeit zu. Komm. Ablegen. Ja, genau. Der weiß genau, wann ich diesen Scheiß-Trick eindrehe. Ist klar. Vor allem, die wissen auch immer, was man plant. Das geht mir so auf den Sack. Hallo. Ja, genau. Da kann er kein Faul pfeifen. Dieser dreckige Schmierlappen. Da kann er nix pfeifen. Ist klar. Erste Folge schon wieder. Ich möchte mich schon wieder aufregen. Einfach nur, weil der Schiri schon wieder so ein Hurensohn ist. Ja, komm. Was zieht doch endlich das Selbstmordlens aus. Wie dumm kann man sein? Dann lass doch einfach deine Drecksfoten weg. Okay. Das ist nicht dem sein Ernst, oder? Da fällt ihm ein Scheißball auf den Rücken. Ist klar. Und ich passe hier raus und er kommt direkt wieder irgendwo an. Ich muss doch solche Scheiß-Notpässe machen. Weil meine Spiele einfach zu inkompetent sind, normal zu passen. Fick dich. Ich hab keine Chance bei so einer Scheiße. Was soll ich da machen, ne? Was soll ich bei sowas machen? Ganz ehrlich, da kann man sich nur aufregen. Und anfangen zu schwitzen. Lauf. Lauf jetzt. Ja, Mann. 2-2. Nice. Sorry fürs Aufregen gerade eben. Aber sowas, ich hasse es, wenn der Gegner irgendwie das Spiel noch dreht. Das ist so eine Scheiße. Ich hasse es einfach wie die Pest. Juckt mich nicht, ob das ein Foul ist. Juckt mich nicht. Ja, aber es hätte mal ein Foul sein dürfen. Really? Ich hab grad gedacht, der geht rein. Wieder ein atemberaubendes 2-2-2 zum Anfang. Das ist herrlich, Leute. Wunderbar. Ja, ne, ohne Scheiß. Das muss nicht sein. Na gut. Dann will ich sagen, was? Ne, wir ziehen die Tabelle natürlich erst nochmal. Das ist schon wieder hier komplett aus der Übung von irgendwas. Die erste Folge hatte wieder alles, was man braucht, um sich wieder zu freuen auf die zukünftigen Sachen. Mit Ragen natürlich. Ich mein, ich hab wieder genug rumgeraged. Hab erst mal Informationen gebracht. Hab dann wieder geraged. Spiele wurden wieder gedreht. Und so eine lauter Scheiße. Allein mein 1-0 war schon wieder ein Fail von der CPU. Auch wenn es zu meinem Vorteil war. Ach ja, ich liebe euch nicht, ihr Wichser. So. Liga 10, ein Punkt gerade mal. Ihr guter Anfang, sag ich mal. Und hoffentlich geht es nicht so scheiße weiter. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.